Bei schwerer See tagelang festgeklammert an gekenterte Weihboote, danach fürchtet man weder Tod noch Teufel. Was fehlen noch? Arbeiter. Ja, okay, das kriegen wir hin. Voller Warenausgang, ja. Wer hier meckert aber nicht. Holz. Ja, Holz ist, ich sag mal so, mein Name. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich mit so viel Holz anfangen soll, aber gut. Gibt's hier? Zement, Zement, Steinkohle, Eisen, Eisen, Lehm. Die Insel ist geil. Lehm, Steinkohle, Kupfer, Steinkohle, Lehm. Okay, nee. Kupfer, Zement, Zink, Eisen, Eisen, Steinkohle, Zink. Hier ist echt nix. Aufgabe verfügbar, weil wir mir nicht mehr... Hach, erschreck mich! Du schaffst das. Arbeite dich hoch von ganz unten. Schaumfeuerlöscher. Ähm. Lotto bereit. Da muss er mal was zu tun kriegen hier. Ah, er ist schon alles in der Reparatur bereit. Der wird gerade repariert, okay. Torne. Fitzgerald. ich bin dankbar für ihr da gebrachtes vertrauen nahezu sicher es wird nicht so viel investieren jetzt sind ja alles ganz brav repariert zur verteidigung ganz kurz hier noch ein paar bauern bauen sonst überall die straße daran kann ich nämlich hier wunderbar alles klar so wenn das nicht genug bauernhäuser sind dann weiß ich auch nicht liebes spiel alle schiffe sind einsatzbereit das finde ich super expedition starten ich sehe direkt ins auge des heraufziehenden sturmes verfügbare schiffe alle schiffe warum hat das hier 100% moral ach so moral es geht gar nicht um ich werde niemals seekrank schon vorbereitet expedition beginnt ciao okay arbeitskleidung verschlechtert sich weiter warum versteckt die flaschen der bosch kommt was ist hier los was ist hier los Freunde und ab und auch ab ich brauche noch mal weiterer da sagen wir die flaschen 1 2 oh nö oh nö okay 100 prozent also netzgereien 99 99 100 ich darf nicht mehr reingebaut da 99 so 70 71 72 73 das steigt erst mit einem café sie spielen schon seit zwei stunden seit zwei stunden die inseln kann ich schon war schon ob es das schiff hier den bereich verlassen hat sie gehören schon fast zur familie 86 prozent 93 100 100 100 okay das gefällt immer noch das gefällt auch fische nimmt ab ja ich muss jetzt mehr moiler stopfen dann brauche ich auch mehr fische nehmen bevor es da gleich zu ja tschüss da sind fische vor sie gleich zu problemen kommt weil ich nicht mehr genug fische habe die waffenruhe wurde beendet erst du wasser vermag ein schiff zu neuen ufern zu tragen oder zu grabe was für intelligente sprüche die doch immer hat das schiff sieht mitgenommen aus dann bauen wir noch mal zwei fregatten so wie sieht es jetzt mit der kleidung aus 99 prozent na das sind doch hervorragende vorzeichen hier besser geht immer da fängt es auch wieder an zu steigen okay ich würde ihn ja gerne bauen aber ich habe immer noch kein glas neuer insel gefunden besiedelte insel steinkohle zement lehm zement lehm lehm das ist gar nix zimmer kupfer so weltkarte weltkarte die suche nach isabella sarmento lassen sie uns das alte fernrohr aus fahren auf expedition gehen äh ja seid ihr nicht schon da ihr seid doch schon abgehauen oh sehr sehr in allianz mit mir das sieht sehr ähnlich aus okay sie ist ja äh mögen wir eines tages an diese küste zurückkehren okay du begibst dich auf ein abenteuer sei nicht überrascht wenn der alte willy es dir gleich tut was willy du hast was mit anna harlow manometer ich glaube ich bin der einzige mit einer allianz ja gut sie mit mir aber ansonsten mit ihm könnte ich als nächstes hinkriegen in einer allianz einzugehen all die verlorenen seelen die sterben würden um zu leben folgen mir einer die lebt um zu sterben was für sätze die hier manchmal haben unbelievable so weltkarte ich sehe direkt ins auge des heraufziehenden sturmes tage auf hoher see 1 ihr schafft das ich bin mir sicher ihr schafft das ach da seid ihr erst reisezeit noch 4 minuten ah gut whatever okay gucken wir mal kurz das sieht doch alles immer noch arbeitskleidung 80% es steigt wieder es schwankt so stark ich weiß auch nicht woran es liegt 100% die sind von der auslastung her sind die super duper an der auslastung das ganze die liefert zum beispiel direkt den an das finde ich schon mal gut ihr liefert an das waren aus der witzgeheim okay man muss ja sich irgendwas einfallen lassen wie man das hinkriegt das bleibt gleich wolle nimmt immer noch ab die wagen sich aber mittlerweile sehr weit raus muss ich mal so bestehen so so das ist jetzt ja gar nicht witzel oh ja irgendwann habe ich ja noch was gebaut was ich gar nicht benutze sie brauchen dringend ein lagerhaut dann sehe ich mal nach den kleinen gut seit einer belastungsgrenze und trotzdem guck mal 3 tonne 2 tonne ihr kommt einfach nicht hinterher das zu liefern was ich brauche 4 tonne also langsam vielleicht geht es doch 85 86 prozent 3 tonnen wir stecken hier viel herz 2 tonnen dann werden wir 2 tonnen und laden da auch 94 nach hoffnung dass das funktioniert verfügbar reserviert 2 tonnen 4 tonnen 4 tonnen ja ok ok 96 prozent aber nur noch ein riesiger insorgen du hier ist in ordnung bis auf den schimmel an den wänden heurum 96 prozent mein leben ist halb gelebt höher der typ 88 prozent ich hoffe das stabilisiert sich jetzt 2 tonnen dauert immer 3 dauert immer 3 3 tonnen 3 tonnen 3 tonnen Schiff vom Stapel gelaufen wunderbar da habe ich meine nächste Fregatte mit 99 prozent da komm mach jetzt die 100 voll 2 tonnen 2 tonnen das ist so alles auf Messers schneide hier eine tonne 2 tonnen boah es gefällt mir einfach nicht wieder 0 tonnen ok ich muss mehr bauen und vor allen Dingen auch hier meine Wolle nimmt immer noch ab halleluja ok ähm ja nicht dann kann ich nur alles versetzen wir sagen abreißen und dann sagen neu bauen dann ok deswegen sollten das Feld hier achso das ist auch seins ok und dann könnte ich nämlich das Feld auch da setzen und dann könnte das Feld auch hier rein passt ein bisschen besser finde ich fangen wir erstmal damit an ok und dann